Bei einem Feuer in einem Asylheim in Rüthen in Nordrhein-Westfalen erlitten vergangene Nacht in der Nacht von Samstag auf Sonntag 20 Bewohner des Heims eine leichte Rauchvergiftung. Noch bevor die Medien in ihren Meldungen von einem vermutlich rechtsmotivierten Brandanschlag sprechen konnten, ermittelte die Polizei einen Tatverdächtigen. Es ist ein 22-jähriger Marokkaner, der ebenfalls in diesem Flüchtlingsheim lebt. Ich denke, dass dieses Feuer letztlich dennoch in eine Statistik einfließen wird, die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland belegen soll. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020